So, guten Abend, ich begrüße Sie zu einem neuen Video. Big Picture KW43, Gold und Silber am Tief und wie sieht es aus mit Aktien? Wir fangen aber an mit Gold und Silber. Hier sehen wir den Gold-Optimismus, der ist auf dem langjährigen Tief angelangt. Zuletzt war es 2018 so. Das heißt nicht gerade direkt, dass es direkt hoch geht, aber Gold könnte hier einen Boden gefunden haben. Schauen wir heute ganz genau drauf. Und insbesondere möchte ich Ihnen ganz am Ende mal eine Strategie vorstellen mit Optionen, wie ich sowas handle, wenn man einen Seitwärtstrend erwartet. Nicht unbedingt einen Anstieg, aber zumindest, dass es nicht gerade weiter runter geht. Dann schauen wir auf das Silber. Da schmelzen die Lagerbestände an der Comex. Auch ganz spannend, insbesondere kommt hier ein Silbersqueeze oder nicht. Wenn Sie kein Video mehr verpassen wollen, hier rechts einfach diesen roten Knopf drücken. Jetzt geht es gleich los mit diesen Themen. Also schauen wir auf Gold und Silber. Wichtig dafür sind die US-Anleihen, denn wenn die steigen, dann ist es schlecht für Gold und Silber, weil die Anleihen eine Konkurrenz darstellen und dem Markt auch Liquidität entziehen. Dann schauen wir auf die Inflation, auf die Aktien, ob wir hier einen Tief haben und dann auf die Energiemärkte, Rohöl und bis noch auf China, EU, aber eher so kurz. Fangen wir an mit Gold und Silber. Bei Gold sehen wir, wenn wir hier das Sentiment betrachten, immer so eine Höhen und Tiefen und da sind wir eher am Tief und es könnte fast schon eine Kapitulation sein von den Bullen im Gold, obwohl der Markt sich eigentlich hier so an der 200-Tage-Linie knapp hält. Und hier der Chart vom Eingang, die Gold-Optimisten sind so wenig geworden, dass es absoluten Kontertrend-Kaufsignal darstellt im Gold. Interessant ist auch in dem Zusammenhang, das Gold wandert ostwärts, also während China, Indien seit April massiv ihre Bestände aufgestockt haben, schmeißt die westliche Welt immer noch Gold auf den Markt, insbesondere die USA, aber auch Australien und Kanada. Dementsprechend schmelzen die Goldbestände und auch die Silberbestände an der Comix, an dieser wichtigsten Terminbörse in den USA. Sehen wir hier von dem Silbersqueeze, dass die sich schon halbiert haben, innerhalb von einem Jahr jetzt, von 100.000 auf 40.000 registrierte Silberunzen gefallen sind. Wenn wir das größere Bild anschauen, längerfristig, dann sehen wir, was es hier eigentlich für ein massiver Abfall war. Aber wir sehen andererseits auch, dass wir noch so viele Bestände haben, wie wir 2017 hatten. Aber wenn es mit dem Tempo weitergeht, dann könnte es so in einem halben Jahr spannend werden, was dann an der Comix passiert. Jetzt schauen wir aber auf den Anleihenmarkt, weil der war eigentlich hauptverantwortlich dafür, dass das ganze Jahr über Gold so schlecht performt hat, weil steigende Zinsen, steigender Dollar, ist schlecht für die Edelmetallmärkte. Und hier sehen wir auch, dass es hier Extreme geben könnte. Also der RSI ist so ein Indikator, der zeigt hier an, dass bei den US Treasuries, das sind hier die Kurse der zehnjährigen Anleihen, dass man hier, hat man so einen Abwärtstrend, und so ein extremes Tief, und das könnte jetzt auch mal so eine Art Ausverkauf hier sein. Wir sehen auch, dass dieser Ausverkauf schon über zwei Standardabweichungen hoch ging. Also seit 1997 ist dieser Bund, Crash kann man schon nennen, das schlimmste Ereignis am Anleihenmarkt überhaupt. Und was im Moment noch dazu kommt, dass die Liquidität überall fehlt, da hatten wir ja schon berichtet, dass zum Beispiel in England die Regierung versucht, über indirekte Maßnahmen bestimmten Marktteilnehmern Zugang zu Liquidität wieder zu verschaffen. und hier gibt es immer mehr eine Liquiditätsklemme. Wir sehen hier, dass fast keine, die Holdings von den US-Anleihen sind, die überall gehen, gegen Null, und da werden die Staaten aktiv werden müssen. Vielleicht. Dann was Spannendes, hier noch die Renditen an sich, die sind mittlerweile in den USA die zehnjährigen auf 4,22%, aber insbesondere interessant, die zweijährigen Staatsanleihen sind teurer. Also hier bekommt man 4,53% Zinsen. Das heißt, für die kurzlaufenden Anleihen bekommt man mehr Zinsen als für die langlaufenden. Das bedeutet eine invertierte Zinskurve. Denn eigentlich wäre es ja normal, dass man mehr Zinsen bekommt, wenn man sein Geld länger anlegt. Und sowas deutet auf eine Rezession hin. Und auch deswegen müsste die Notenbank mal überdenken, ob sie weiter so mit ihrer Zinserhöhungspolitik fortfährt. Und wenn die Zinsen drehen würden, dann wäre das definitiv gut für Gold und Silber. Aber wichtig, bevor die das machen können, die müssen auch schauen, was macht die Inflation. Aber auch hier könnte es Anzeichen geben, dass die Inflation den Höhepunkt erreicht. Zumindest hier die CPI Inflation. In den USA macht es so ein kleines Top, das ist noch nicht so aussagekräftig. Aber der ISM Manufacturing, also Erzeugerindex, Erzeugerpreisindex, ist hier schon arg gefallen. Und normalerweise läuft es relativ gleich. Also da sieht es nach Entspannung aus. Auch nach den Container-Frachtraten, die haben wir mittlerweile einen 22-Monats-Tief. Allerdings in der EU sieht es schlechter aus. Mal wieder. Also die deutschen Verbraucherpreise, die haben hier gerade hoch erreicht. Mit 45 Prozent plus im September den stärksten Anstieg seit 1949, also in Deutschland, sieht es nicht so gut aus. Aber auch hier gibt es Entwarnung. Die Natural Gaspreise, also die Erdgaspreise sind am Fallen, weil es gerade wärmer ist als sonst im Oktober. Das hilft uns zum Glück jetzt mal auch mal was Positives. Von den Schulden sieht es überhaupt nicht gut aus, trotz diesen ganzen Maßnahmen. Der Notenbank, da kommt überhaupt nichts an. Die Schulden wachsen weiter. und das wird auch irgendwann mal für die Staaten wichtig. Die können nicht beliebig die Zinsen erhöhen, denn bei hohen Zinsen sind diese Schuldentilgungen natürlich auch teurer als bei niedrigen Zinsen. Jetzt schauen wir aber mal auf die Aktien. Sind die jetzt am Tief oder wird der Aktienmarkt weiterfallen? Hier gibt es widersprüchliche Signale. Fangen wir mal an mit einem Indikator, der darauf hindeutet, dass die Aktien eher am Tief sind, nämlich die Liquidität, das Cashlevel von Fondsmanagern. Die haben mit 6,3% so hohe Barreserven, wie sie selten zuvor hatten. Also 2020 war es mal so, 2016. Aber die haben jetzt noch höhere Barreserven. Ist definitiv positiv, aber wenn die viel Bargeld haben, können sie viel investieren und dann können die Kurse steigen. Was auch positiv ist, die Kleinanleger haben niedriges Risikoniveau. Die haben ziemlich viel Angst. Das könnte auch helfen, dass wenn die auch wieder zurückkommen, dass dann die Märkte unterstützt werden. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir von einem sehr hohen Peak hier kamen, was Puts und Calls betrifft. Hier von Makrocharts geteilt, finde ich ganz interessant, weil ich selbst auch im Feierabend-Depot Put-Call-Ratios als Indikator betrachte. Und hier sehen wir, das war jahrelang ziemlich normal, wenn man das über drei Monate glättet, das Call-Put-Ratio. Aber hier hatten sich zu viele Calls aufgebaut. Also hier waren die Leute zu optimistisch. Ich denke, das bezieht sich auf das Aktienput-Call-Ratio hauptsächlich. Und jetzt ist es zwar wieder fast normalisiert, aber es hat noch nicht den kompletten Boden gefunden. Also hier hätte der Markt noch Luft nach unten. Und auch was die ETF-Flows betrifft, haben wir hier noch keine Kapitulation gesehen, wie zum Beispiel 2018 oder 2008, als dieser Indikator hier so negativ war. Der ist hier immer noch positiv. Also es ist noch kein Anzeichen, dass es einen Ausverkauf gibt. Und auch preiswert sind die Aktienmärkte noch nicht. PI, das ist Kursgewinnverhältnis, da stehen wir in den USA im Moment bei 17,5. Das heißt, die Märkte sind noch nicht so preiswert, wie sie zum Beispiel 2008 waren, als der Markt bei einem Kursgewinnverhältnis von 12,7 gedreht hat. Es gibt übrigens auch einige Parallelen zwischen 2006 und 2008 zu der jetzigen Phase, sieht man hier. Ich würde das aber nicht überinterpretieren. Damals war das relativ fast stundestief und ging dann hoch. Könnte natürlich auch sein, dass es wieder so ist, aber man weiß es nicht. Dann gibt es hier noch einen negativen Indikator von der Geldmenge hier, von Dr. Jens Erhard, dieser Chart. und da sehen wir, dass es das stärkste Verkaufssignal an der Wall Street ist seit 1987, weil er hat Argument hierzu natürlich zu Recht, wenn wenig Geld in den Markt fließt, dann können die Märkte nicht steigen und hier ist die Geldmenge hat abgenommen ziemlich die letzten Monate und das ist ein Verkaufssignal für Wall Street und er sagt sogar das stärkste Verkaufssignal seit 1987. Und die Technologieaktien, die sind auch immer noch teuer zum S&P 500. Das war hier der Tech-Bubble im Jahr 2000 und hier irgendwann mal in den 70er Jahren. Insbesondere die 70er Jahre sind interessant, weil das war ein Jahrzehnt der Rohstoffe und auch hier folgt ein Jahrzehnt der Rohstoffe. Das heißt, Technologieaktien sind teuer im Vergleich zum S&P 500 und insbesondere teuer im Vergleich zu Rohstoffen und da schauen wir jetzt mal drauf, nämlich auf Energie, Rohöl. Rohöl Energie, hier sehen wir OPEC hat seine Produktion gedrosselt und da sehen wir hier noch etwas deutlicher, welche Staaten es eigentlich waren. Saudi-Arabien, Russland, Irak, Vereinigte Arabische Emirate, Kuwait hat jetzt weniger Öl produziert oder möchte weniger produzieren als vorher gesagt und auch die US-Ölproduktion, die das ganze Jahr ziemlich hoch war, geht jetzt zurück und die Lagerbestände in den USA, die sind schon richtig tief, das heißt, die USA hat schon ziemlich viel Öl auf den Markt geschüttet, was sie konnte und konnte trotzdem nicht verhindern, dass die Ölpreise gestiegen sind, das ist definitiv Bullisch für Öl und wer bei mir im Feierabend-Depot dabei ist, in der Strategie IW11 waren wir die ganze Zeit investiert im Energie-ETF als einzigen noch, weil dieser Energie-ETF ist als einzigen das ganze Jahr über gestiegen, was ein Bullisches Signal ist. Zum Schluss noch ein Blick auf China wollte ich sagen, da gab es den Parteitag diese Woche, auf den viele jetzt das ganze Jahr eigentlich gewartet haben, Xi baut seine Macht aus, er hat hier einen ehemaligen Parteiexpräsident Hua Hintao während der Sitzung abgeführt und man sieht, was das für ein repressives, ein diktatorisches Regime ist und da braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, da geht es nur über Gewalt und Macht und Xi hatte seine Macht ausgebaut für die Kapitalmärkte sieht es so aus, hier ein Post, dass China könnte seine Covid-Restriktionen vielleicht schneller lockern als geplant, als viele erwarten und das wäre definitiv auch positiv für die Energiemärkte insbesondere und auch für die Aktienmärkte, weil dann wieder mehr Nachfrage aus China kommen würde. Bevor ich zum Fazit komme, wollte ich Ihnen mal zeigen, wie man das umsetzen könnte, zum Beispiel mit Optionen, wenn man denkt, jetzt an Gold wäre so einen Boden gefunden, aber man ist sich nicht sicher, ob es jetzt direkt hoch geht oder seitwärts und das möchte ich Ihnen jetzt mal hier in der TWS zeigen, in CapTrader, hier habe ich so ein Konto und hier habe ich diese Position jetzt aufgemacht, Gold Comics, was bedeutet das? Das ist eine geschriebene Option, das zeige ich Ihnen mal hier, hier hat man die Option Chain, ich habe hier quasi mit 64 Tagen Restlaufzeit diese Option genommen und diesen Put hier mit einem Delta von 8 ungefähr, fast 9 und habe den hier geschrieben, das heißt verkauft. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass ich eine Prämie einnehmen kann von ungefähr 560 Dollar, wenn dieser Put komplett verfällt, das heißt, wenn der Markt eben nicht, wenn Gold nicht auf 1495 Dollar sinkt, sondern zum Beispiel einfach seitwärts geht und gekostet hat mich das an Marge in 3500 Dollar, das heißt, ungefähr 500 Dollar kann ich verdienen mit einem Risiko von 3500, das heißt, das ist ungefähr so eine Rendite von 20 Prozent, wenn ich diesen Trade ins Trockene bringe, ich muss natürlich jeden Tag da drauf schauen und wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen auf die Performance von dem Konto, ich mache das ja schon länger und auch mit verschiedenen Sachen sehen wir, dass ich jetzt da seit Mai, wo ich das Konto aufgemacht habe mit 30.000, bin ich jetzt 27 Prozent im Plus also 8.000 Euro und die Rückschläge waren immer hier von dem Russell Strangle, da bin ich auch schon mal drauf eingegangen, das ist auch eine Optionsstrategie, da mache ich vielleicht mal nächstes Jahr ein Webinar oder ein Seminar, das ist dieses hier, da liege ich jetzt zum Beispiel mal knapp 3 Prozent hinten, heute wieder 34 Dollar verdient und ich mache natürlich auch gemäß Feierabend Depot Rohöl ist da jetzt in der IV-11-Strategie vorne, da habe ich die Aktie im Depot und verkaufe hier gleichzeitig noch Optionen auf diese Aktie, aber das sind Strategien, das kann man alles lernen, aber da brauchen wir noch eine gute Ausbildung am Optionsmarkt, so komme ich jetzt zurück hier, mein Fazit, wir haben Gold-Pessimismus, wir haben Silberbestände, die schmelzen und Extreme an den Anleihenmärkten und auch bei den Aktien, es sieht so aus, dass es überall so eine Art Bodenbildungstendenzen gibt, insbesondere beim Gold gibt es einen massiven Pessimismus und von Gold redet eigentlich im Moment niemand mehr, weswegen ich hier mittelfristig optimistisch bin, bei der Inflation und bei der Liquidität sieht es so aus, dass die Notenbanken hier eigentlich nicht mehr so extrem viel weiter gehen können, auch wenn man sich diese hohen Schulden betrachtet, das könnte darauf hindeuten, dass es beim Aktienmarkt langsam so einen Tief geben könnte, aber es ist noch ein bisschen zu früh, es fehlt der Finale Ausverkauf. Ich persönlich bin am Aktienmarkt eher in Energie, investiere zum Beispiel Uran-Aktien, die die letzte Woche auch gut gelaufen sind, oder in Rohöl-Aktien wie Chevron. So, ich schließe dieses Video mit dem Haftungsausschluss, insbesondere Optionen sind natürlich hoch riskant, da können Sie mehr Geld verlieren, als Sie einsetzen. Dieses Video ist keine Anlageempfehlung, Sie müssen immer davon ausgehen, dass ich als Ersteller dieser Videos selbst Aktien im Depot halte, die ich hier zeige und dann von den Trading-Ideen auch profitiere. Sie handeln immer auf eigenes Risiko, ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. So, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis Donnerstag, da halte ich ein Webinar für Lenz und Partner, den Link finden Sie unter dem Video, würde mich freuen, wenn Sie da dabei wären.